Moin Leute, die Die-Gate, die Relais-Gate-Affäre und so weiter, das hat ziemlich weite Kreise gezogen und zunehmend wird das Ganze zu einer Hexenjagd in meinen Augen. Ohne konstruktives Ziel. Und deswegen hier und heute dieses Video, um hier einige Dinge wieder ins rechte Licht zu rücken. Heute gibt es nämlich neue Messungen, es gibt neue Infos der Bundesnetzagentur, ich werde Kritik an der Berichterstattung einiger Medien ausüben und auch persönliche Konsequenzen ziehen. Und ich möchte mich natürlich der komplett untergegangenen Frage widmen, wie geht es jetzt eigentlich weiter, also was können wir besser machen, damit sowas nicht nochmal passiert. Okay, los geht's. Worum ging es nochmal? Also ganz kurz zusammengefasst ging es eigentlich nur darum, dass wir festgestellt haben, dass bei einigen Mikrowechselrichtern, also für Balkonkraftwerke, ein Relais fehlte. Dieses aber in dem ausgestellten Zertifikat namentlich drin stand. Zusätzlich kommt noch eine EMV-Problematik dazu, die ebenfalls bei einigen Wechselrichtern existiert. Also die senden starke elektromagnetische Strahlung aus und stören damit diverse andere Geräte. Das Ganze ging dann relativ schnell durch die ganze deutsche und auch chinesische Presse tatsächlich und sorgte für sehr viel Aufmerksamkeit. Warum finde ich jetzt die Berichterstattung eigentlich zunehmend problematisch? Zu Anfang lief eigentlich alles super sachlich und es wurde echt so von den hiesigen Tech-Zeitschriften und Portalen, also Online-Portalen viel gefragt und recherchiert. Aber zunehmend liegt der Fokus viel zu stark auf der Firma Dai. Denn es sind nicht nur die betroffen und es wird einfach viel zu wenig auf den allgemeinen Problemen, also der Frage, wie geht es jetzt weiter, was können wir besser machen, irgendwie geguckt, also geschaut. Und Händler wie zum Beispiel Holger Laudelei oder so, die kann ich jetzt hier total verstehen, dass sie das nicht so extrem machen, da die einfach persönlich mega hart betroffen sind. Natürlich kochen da die Emotionen hoch, das ist absolut verständlich. Und da geht es einfach um die eigene Existenz und da ist ein riesen Schaden entstanden und da kann man schon irgendwie verstehen, dass man da ein bisschen kämpft. Aber renommierte Zeitungen gingen halt so weit, dass schon Wörter wie Die-Gate irgendwie in den Umlauf gekommen sind. Und da muss man jetzt einfach schon nochmal die Frage stellen oder die Aussage treffen, Leute, es ist nicht nur Dai betroffen, was soll denn der Scheiß? Ihr lenkt den Diskurs hier in eine super schlechte Richtung, also das war wirklich nicht das Ziel, denn momentan hat das in meinen Augen so eher den Charakter einer Hexenjagd und zwar ohne irgendein konstruktives Ziel. Gefühl zeigen alle nur noch auf dieses eine Unternehmen und keiner hatte mehr eigentlich das eigentliche Problem im Visier, also wie können wir das verhindern, dass sowas nochmal passiert? Welche Wechselrichter sind eigentlich noch betroffen? Wo können Händler und Käufer Informationen über problematische Wechselrichter bekommen? Kurzum, wie machen wir es jetzt besser? Und weiterhin gab es auch noch einige Fehler in der Berichterstattung. Zum Beispiel, was ich immer wieder gesehen habe, ist irgendwie der NA-Schutz wurde andauernd mit persönlicher Sicherheit verwechselt. Das hat tatsächlich nichts miteinander zu tun. NA steht für Netz- und Anlagenschutz und das ist nicht gleich oder ungleich der persönlichen Sicherheit. Und das ist halt schon irgendwie nicht ganz unwichtig. Das korreliert natürlich in irgendeiner Form miteinander, besonders bei Mikrowechselrichtern, weil es um die Abschaltung der Spannung am Ausgang geht. Also klar, so ein bisschen, was hat das schon miteinander zu tun? Und natürlich ist es auch sinnvoll zu erwähnen, dass die persönliche Sicherheit nicht gefährdet ist bei den Produkten. So wie ich das zum Beispiel auch getan habe. Aber dass wir das Ziel dabei ist, euch ein bisschen Angst zu nehmen oder die Sache halt nicht so völlig eskalieren zu lassen. Das ist jetzt nicht irgendwie lebensgefährlich. Dennoch ist diese Unterscheidung für den Sachverhalt wirklich wichtig. Und die wurde oftmals nicht gemacht oder aber gar nicht getroffen. Oder ich hatte auch nicht den Eindruck, dass da überhaupt ein Interesse dran besteht, das wirklich zu verstehen. Wie kommen wir aus dem ganzen Mist wieder raus? Ja, jetzt noch die ganz, ganz fette Frage. Wie machen wir es in Zukunft besser? Und darum soll es jetzt gehen. Dafür müssen wir erst einmal checken, wer ist eigentlich für was zuständig? Und was ist konkret schiefgelaufen? An welcher Stelle? Beziehungsweise lässt sich sowas überhaupt verhindern? Das ist ja gar nicht klar. Der TÜV Rheinland hat mich hier nochmal richtig gut aufgeklärt und nochmal darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig die Marktüberwachung ist. Was heißt das jetzt? Also zieht euch erstmal diese Grafik hier vom TÜV rein. Ja, die ist schon mal hilfreich. Fangen wir mal links an. Sagen wir mal, ein Wechselrichter zum Beispiel wurde von einem Unternehmen irgendwie entwickelt und soll jetzt irgendwie auf den Markt kommen, damit ihr es kaufen könnt. Ja, völlig egal, wo das Ding jetzt herkommt. Dann geht der Hersteller mit dem Ding zu einer Zertifizierungsstelle, also zum Beispiel zum TÜV oder Intertech oder whatever und diese prüft dann, ob alle notwendigen Kriterien erfüllt werden. Also zum Beispiel wie dieses Relais, das wird dann alles durchgemessen und so weiter. Und wenn dann alles gut ist, stellt dieses Unternehmen, also diese Zertifizierungsstelle, dann so ein Zertifikat aus und das bescheinigt. Alles cool, könnt ihr so verkaufen oder zumindest so am deutschen Netz betreiben. Okay, dann kommt das Teil auf den Markt und die Zertifizierungsstelle ist jetzt nicht mehr zuständig. Das Zertifikat ist aber dennoch nur so lange gültig, wie das, was da gemessen wurde und draufsteht, auch später eingehalten wird. Das ist wichtig. Sagen wir mal, dann kommt ein Hersteller, ich nenne ihn jetzt mal Wurst. Und der denkt sich so, ach scheiß Relais, die klicken immer so nervig. Vielleicht kommen dann auch noch die doofen Kunden irgendwann mit Garantieansprüchen, weil das Scheißding nicht so lange hält. Also weg damit. Ähm, ja. Hier kommt jetzt der rechte Teil der Grafik ins Spiel und der ist wirklich wichtig. Warum? Weil das ist jetzt quasi der Punkt, nachdem das Ding auf den Markt gekommen ist. Also ihr könnt es jetzt kaufen. Was gibt es denn dann eigentlich noch für Mechanismen? Das ist halt die große Frage. Da gibt es quasi zwei Mechanismen. Da gibt es dann quasi die laufende Marktüberwachung durch Verbraucher. Und das sind zum Beispiel verrückte Nerds wie wir oder andere Leute halt irgendwie, denen was auffällt. Und die können dann zum Beispiel die Probleme bei der zuständigen Behörde melden, falls diese Behörde es nicht bereits selber gesehen hat. In unserem Fall war das dann die Bundesnetzagentur. Aber es gibt auch noch Mechanismen auf Landesebene, die zur Marktüberwachung gehören. Das wird jetzt aber zu kompliziert und das ist jetzt gerade auch nicht so wichtig. Okay, für die zuständige Behörde ist dann quasi jetzt die Zeit, aktiv zu werden. Also die prüft dann den Verdacht und gibt dem Hersteller, wenn sie dann was gefunden hat, Vorgaben, was zu tun ist, aber auch eine Widerspruchsfrist. Also das ist ein relativ langer Zeitraum, der da jetzt irgendwie erstmal vorbeistreicht. Und bis dahin wird quasi gar nichts gemacht. Erst wenn diese abgelaufen ist, dann gibt es zum Beispiel Sanktionen und irgendwie eine Aktion oder sowas. Das ist so ähnlich, wie es jetzt halt auch im Prinzip abgelaufen ist. Problem dabei. Ich habe jetzt zum Beispiel mehrfach bei der Bundesnetzagentur gefragt, wie man eigentlich an diese Informationen drankommt. Also als Händler bzw. Kunde zu wissen, welche Wechselrichter sind dann nun betroffen und welche im Verdacht, ey, keine Chance. Erst wenn alles irgendwie über die Bühne gelaufen ist, kann man an diese Info kommen. Auf die Frage, ob es irgendwie eine öffentlich zugängliche Liste gibt oder sowas. Keine Antwort. Und wir haben jetzt wirklich mehrfach nachgefragt. Aber der Händler hat ja quasi auch gar nichts zu befürchten, denn er hat ja Rechtsansprüche gegenüber dem Hersteller. Naja, denn im Ausland kann es je nachdem relativ schwierig werden, den entstandenen Staaten dann zurückzubekommen. Also meine Kritik ist hier relativ klar. Ich persönlich würde denken, dass ein offener und transparenter Umgang mit diesen Ermittlungsverfahren echt hilfreich wäre. Warum wird sowas nicht öffentlich gemacht, zumindest ab einem gewissen Zeitpunkt? Ich meine, man will natürlich niemanden zu Unrecht an den Pranger stellen. Das ist klar. Also bevor es nicht sicher ist, natürlich nicht. Aber sobald das Problem irgendwie klar ist oder so, sollte es spätestens dann eigentlich irgendwie rausgehen. Und dann sollte es auch wirklich relativ einfach zu finden sein. Aber so wie es im Moment aussieht, muss man dann auch noch nachfragen und so weiter. Also jetzt hier ist für mich so ein Punkt, wo ich sagen würde, die Kommunikation kann man sicherlich verbessern. Und hätte man das getan, glaube ich auch, das hätte uns eine ganze, ganze Menge Ärger erspart. Also so viel jetzt zu unserer konstruktiven Kritik. Okay, zurück zum Bild. Also neben dem Verbraucher und irgendwie so ein paar Nerds wie uns, gibt es noch die Behörde. Und dann gibt es auch noch eine weitere Option, dass zum Beispiel Unternehmen wie der TÜV in regelmäßigen Abständen Besichtigungen der Produktionsstätten vornehmen. Also die Kisten dann auch während des laufenden Betriebs quasi checken. Also da mal hingehen, Fotos machen, gucken, ist da alles cool und so weiter. Und war dann alles in Ordnung, gibt es dann auch so das entsprechende TÜV-Zeichen. Das ist allerdings eine freiwillige Option des Unternehmens. Und ob dabei Fehler, so wie wir ihn jetzt hier gefunden haben, mit diesem Relais auffallen würden, das weiß ich nicht. Ich glaube sogar nicht unbedingt, weil dafür muss man den Wechselrichter wirklich öffnen und die Teile sind innen komplett vergossen und so weiter. Und du musst dann auch noch das richtige Exemplar in der Hand haben. Es müssen ja nicht alle betroffen sein. Also das macht es einfach echt schwierig. Und natürlich können die nicht jeden Wechselrichter checken. Das ist schlichtweg unmöglich. Also klar geht das nicht. Aber solche regelmäßigen Begehungen würden es mit Sicherheit besser machen. Also ich glaube nicht, dass es dadurch jetzt schlechter werden würde, sondern im Gegenteil, das würde sicherlich helfen. Möglicherweise auch Druck ausüben zu sagen, okay, wir müssen hier schon aufpassen und dürfen keinen Scheiß bauen. Natürlich muss der Hersteller das aber wie gesagt selber beauftragen. Also letztendlich sind auch die Verbraucher, Verbraucherschutz und auch so Nerds, also so YouTuber wie wir, wichtig, um solche Probleme zu finden und im Prozess sogar offensichtlich vorgesehen. Fällt etwas auf, sollten wir das halt publik machen und den entsprechenden Behörden melden. Zudem ist es sinnvoll, wenn wir auf Probleme im Prozess hinweisen. Also ich denke halt, das habe ich hiermit erledigt. Ab jetzt sollte die Bundesnetzagentur halt ermitteln, dann die entsprechenden Konsequenzen ziehen, haben die glaube ich auch schon, beziehungsweise die Händler müssen dann mit den Herstellern klären, wie der entstandene Staat zu kompensieren ist und so weiter. Da muss man jetzt einfach gucken. Da ist jetzt so, würde ich sagen, so ein bisschen unser Part auch vorbei. Von den Behörden würde ich mir, wie gesagt, erheblich mehr Transparenz und Offenheit wünschen. Damit könnte man in meinen Augen viele Probleme deutlich früher aus der Welt schaffen. Das ist so ein Wunsch von mir einfach nach diesen ganzen Dingen, die passiert sind. Also bevor wir zu den ernsten Konsequenzen kommen, die ich selber halt ziehe, eine Konsequenz ist, dass ich den Kontakt zu unserem YouTube-Recherche-Theme aufrechterhalten werde, weil das einfach eine mega geile Truppe war und ich finde, wir haben mega gut zusammengearbeitet, konnten das super aufklären, haben uns auch gegenseitig supportet und so. Das war eine feine Sache und ich glaube, es hat sich am Ende auch echt gelohnt. Zumindest, wenn es notwendig wird. So, und jetzt zum Eingemachten. Ich muss mich jetzt auch irgendwie selber kritisieren. Und zwar haben wir diesen Punkt, also die Abschaltung bei unserem bisherigen Mikrowechsel-Recher-Test nicht berücksichtigt. So war das, muss ich sagen. Und hier wurde oft das von uns getestete Balkonkraftwerk der Firma Anker kritisiert. Also dafür kamen tatsächlich bei mir ein paar E-Mails an, die meinten, ey, ich habe das Ding gekauft und so, was soll die Scheiße? Hast du nicht ordentlich getestet, weil da der Verdacht bestand. Eine wichtige Info in diesem Zusammenhang, das muss ich jetzt dazu sagen, die Firma Anker hat ihren Kunden einen freiwilligen Tausch der Wechselrichter angeboten. Und das finde ich relativ begrüßenswert, denn es scheint halt eine echte Lösung zu sein. Informiert euch hier also am besten bei Anker selbst, ob das für euch relevant ist oder nicht. Ansonsten kann ich mich tatsächlich bei euch einfach nur entschuldigen dafür, dass wir das nicht berücksichtigt haben. Aber wir wussten es nicht. Also es war mir einfach nicht bekannt. Das war keine Absicht. Das ist der simple Grund, warum wir es halt nicht hatten und warum wir es auch nicht betrachtet haben. Naja, und auf sowas muss man halt auch erst mal kommen. Und bitte bedenkt immer, das ist hier alles Freizeit. Also das ist jetzt hier kein offizieller Job, sondern es ist ein Freizeitprojekt, was wir hier machen. Aber wir haben eine Konsequenz daraus gezogen. Und zwar habe ich mit Professor Krauter gesprochen, der an der Uni Paderborn arbeitet. Und er hat mir angeboten, dass wir die Abschaltzeiten messen und den Verlauf der Spannung bzw. Leistung. Das natürlich neben der bisherigen Wirkungsgradmessung, die wir sowieso schon machen. Also in Zukunft können wir euch auch diesen Punkt zumindest teilweise zeigen bzw. berücksichtigen. Denn letztlich müsste man eigentlich wirklich den Wechselrichter komplett auseinandernehmen, die Schaltung nachvollziehen. Und erst dann kann man sicher sein, dass das zum Beispiel RNA-Schutz gar nicht gegeben ist. Es ist wirklich gar nicht so leicht nachzuvollziehen. Ich verfürchte, dass das nicht immer machbar sein wird. Falls es aber nicht so ist, werde ich auf jeden Fall in Zukunft darauf hinweisen, damit ihr das zumindest wisst, dass da eine Unsicherheit besteht. Daher hat er bereits eine Lösung präsentiert und zwar ein externes Relais, die wir vermutlich auch bald durchmessen werden. Also ich würde das schon gerne mal sehen, mal auseinandernehmen und auch mal messen, ob jetzt alles soweit okay ist. Ob diese dann korrekt zertifiziert werden und ob die Wechselrichter dann wieder ihrer Zulassung erhalten und so weiter, das weiß ich nicht. Das kann ich auch nicht sagen. Hier muss dann ein offizielles Statement von der Behörde kommen. Ja, das ist grundsätzlich gar nicht mal so eine üble Idee, denn ein externes Relais hat natürlich auch einen Vorteil. Es kann getauscht werden, falls es mal kaputt geht. Wie oft das jetzt wirklich vorkommt, weiß ich nicht. Dazu müsste man wissen, wie viele Schaltspiele das Teil durchmacht und welchen Temperaturen es dann ausgesetzt ist. Aber Professor Krauter und sein Team haben jetzt hier mal den betroffenen Dye-Wechselrichter durchgemessen. Also ohne dieses externe Relais. Einfach nur, damit wir euch mal zeigen, wie das eigentlich aussieht. Also so ein betroffener Wechselrichter, von dem wir jetzt wissen, der hat dieses Relais-Problem. Also wie verhält er sich? Was passiert, wenn wir den Strom wegschalten? Das könnt ihr hier sehen. Das sind die Ergebnisse. Nachdem der Strom weg ist, also quasi so, als hätten wir einen Stromausfall an der Steckdose oder hätten das Ding jetzt rausgezogen, ist also nichts mehr los. Da sollte der Wechselrichter natürlich sehr, sehr schnell abschalten und nicht weiter die 230 Volt produzieren, weil man könnte dranpacken oder halt irgendwelche Geräte könnten beschädigt werden. Wir sehen jetzt, dass die Spannung relativ schnell auf 300 Volt ansteigt und dann kontinuierlich abfällt. Nach circa 200 Millisekunden liegt die Spannung dann noch so bei 120 Volt und nach 500 Millisekunden fällt sie dann sogar von 50 Volt auf 0 Volt ab. Und nach ungefähr 600 Millisekunden ist dann der Wechselrichter ungefähr spannungsfrei. Also 0,6 Sekunden sind das, nochmal umgerechnet. Und für die persönliche Sicherheit dürfte das vermutlich okay sein. In blau seht ihr jetzt hier auch die Leistung. Also hier erkennt man praktisch, dass kaum noch Energie da ist. Also selbst wenn man dann noch eine Gewicht bekommen würde innerhalb dieser 0,6 Sekunden, dann wäre das vermutlich eher ein kurzer Schreck. Also eher als würde man am Ballon dranpacken mit so einer statischen Entladung oder so. Ich denke, mit sowas kann man es ungefähr vergleichen. Aber wie gesagt, NA-Schutz bedeutet nicht persönliche Sicherheit und so eine Spannungsspitze kann durchaus einen Funken erzeugen oder auch Geräte schädigen. Und darum geht es jetzt eigentlich quasi. Ist insgesamt jetzt alles kein Drama, man muss es jetzt hier nicht übertreiben. Und was halt wichtig zu wissen ist, bei der Geschichte ging es uns auch eher um diese fehlerhafte Zertifizierung und darum, dass wir zunehmend schlechtere Produkte am Markt beobachtet haben. Ich denke, das Ganze ist so, der Höhepunkt war da mit den Discountern in meinen Augen. Und dieser Trend, dass der der ganzen Balkonkraftwerksgeschichte schaden kann, ich denke mal, das ist klar. Und das gilt es natürlich zu durchbrechen. Besonders nach den ganzen Kämpfen, die wir da jetzt einfach geführt haben mit der Petition und allem. Das wollen wir nicht, dass jetzt irgendwie sowas halt das Ganze kaputt macht. Ich denke, das könnt ihr verstehen. Ja, zu guter Letzt, ich habe der Bundesnetzagentur noch einige Fragen gestellt, um etwas mehr Klarheit zur aktuellen Situation zu bekommen. Und ich fasse die wichtigsten Punkte mal zusammen, also dort, wo ich jetzt eine relevante Antwort bekommen habe. Also, was ist mit der EMV-Problematik? Haben Verbraucher noch Konsequenzen zu erwarten? Und wenn ja, welche? Nur kurz zur Erklärung für euch, neben diesem NA-Schutz-Problem, also dem fehlenden Relais, gab es auch noch Probleme mit der elektromagnetischen Strahlung. Also, wir reden eigentlich gar nicht nur von einem Problem, so wie es jetzt oft propagiert wurde, sondern es sind wirklich zwei Probleme, die da am Start sind. Und die Bundesnetzagentur hat bestätigt, dass es EMV-Probleme mit dem DAI-Wechselrichter gibt. DAI hat der Bundesnetzagentur dann aber mitgeteilt, dass die Produktion und der Vertrieb damals gestoppt wurde und eine freiwillige Änderung vorgeschlagen. Deswegen hielten sie einen Rückruf nicht für angebracht, aufgrund des geringen Risikos und der war auch nicht vorgesehen. Welche Wechselrichter sind noch betroffen? Und zwar beim NA-Schutz und auch bei der EMV-Problematik. Und wie bekomme ich als Händler oder auch als Kunde an diese Informationen? Also, gibt es irgendwelche Listen? Kurze Antwort. Die Bundesnetzagentur geht bei DAI und auch bei anderen Herstellern Hinweisen nach, geben aber aktuell keine weiteren Informationen. Ob es Listen gibt? Keine Antwort. Ich werte das mal als Nein und bis dahin geht der Verkauf dann munter weiter. Seit wann ist der Bundesnetzagentur die Problematik mit dem fehlenden NA-Schutz von DAI bekannt? Seit dem 10.07. wissen die, dass einige Geräte das Relais fehlt, also kurz nach unseren Videos quasi. Und seit dem 11.07. liegen ihnen konkrete Hinweise gegen die Firma DAI vor. So, das war es soweit. Ich hoffe, dass ich nochmal ein bisschen Aufklärung bringen konnte, nochmal ein bisschen mehr die ganze Debatte in die richtige Richtung lenken konnte. Das war zumindest mein Ziel mit diesem Video. Ansonsten verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe dann wieder mit einem schönen DIY- und Technik-Thema, denn ich habe wirklich keinen Bock mehr darauf. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.